Das sieht ja furchtbar aus. Ich muss was anderes aussuchen. Mit der schwarzen Hose müsste das T-Shirt gehen. Na los. Warum passt mir die Hose denn nicht? Ich probiere mal dieses Kleid an. Na los. Geh schon hoch. Das passt nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und das schon gar nicht. Die Kleider passen mir doch normalerweise alle. Ich bin heute so aufgeschwollen. Na also. Dieses Kleid passt. Ich glaube, ich habe gestern so viel Salziges gegessen. Ich gehe mal zu Nicole. Vielleicht weiß sie, was zu tun ist. Und hier räume ich später auf. Hallo Freunde. Willkommen in meinem Spa-Salon. Barbie kommt gleich vorbei. Ich bin mal gespannt, was sie machen lassen möchte. Hallo Nicole. Hallo Barbie. Worum geht es denn? Wie kann ich dir helfen? Heute passt mir keins meiner Kleider. Meine Beine sind so geschwollen. Kann das sein, weil ich so viel Salziges gegessen habe? Zeig mal. Barbie, das nennt man Ödem. Ja Barbie, sowas passiert, wenn man zu viel Salziges isst. Dann lagern die Zellen nämlich Wasser ein und dann schwellen die Beine an. Kann man denn was dagegen machen? Du musst weniger Salz essen. Und eine Massage mit einer Pferdehaarbürste wird dir auch gut tun. Eine Massage mit einer Pferdehaarbürste? Ja, das ist eine ganz spezielle Technik. Bei dieser Massage brauchen wir weder Creme noch Öl. Wir bürsten einfach von unten nach oben und regen damit die Durchblutung an. So, das müsste genügen. Geht das bis morgen wieder weg? Ich denke, morgen werden deine Beine nicht mehr so geschwollen sein. Barbie, du solltest dich in Zukunft aber ein bisschen gesünder ernähren. Okay, tschüss Nicole. Tschüss. Prima, meine Beine sind nicht mehr geschwollen. Tschüss Lucke. Tschüss. Amen. iren